Sophia Cordalis kann Papa Lucas wieder in ihre Arme schließen. Der Sänger ist rund drei Wochen in Australien und kämpft dort um die Dschungelkrone. Jetzt ist der TV-Star wieder auf heimischem Boden unterwegs. Lucas landet im sonnigen Mallorca. Am Flughafen erwartet ihn jemand ganz Besonderes. Seine Tochter rennt auf den 55-Jährigen los und umarmt ihn ganz dolle. Endlich, schreibt Daniela zu dem Video. Die Familie ist vereint und lässt es sich kulinarisch gut gehen. Weitere Videos zeigen das Trio beim Schlemmen. Insbesondere Lucas genießt das Essen, wie seine Frau witzelt. Er dreht dezent durch. Nun können die drei ihrem Alltag auf der Baleareninsel nachgehen.